Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Video, in dem ich euch heute 500% tödliche Fallen vorstellen möchte, welche perfekt für jedes PvP-Event wie Varo, UHC und Co. geeignet sind. Diese 5 Fallen heute sind nicht für Beginner geeignet, denn man sollte schon ein wenig länger im Wettbewerb wie Varo sein, um alle nötigen Materialien für die Farmen zusammenzufarmen, aber wenn man dann diese 5 Fallen baut, könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, eure Gegner zu 100% zu töten. Ich würd sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, welche 5 Fallen ich für euch habe, dann erklär ich euch, wie diese funktionieren und zu guter Letzt habt ihr sogar noch einen World Download, wo ihr dann nachvollziehen könnt, wie man diese Fallen auf jeden Fall baut. Los geht's mit der ersten Falle, und zwar der falsche Weg. Wir gehen den unterirdischen Weg entlang, sehen keine Redstone-Blöcke oder ähnliche andere Blöcke, die wir hier irgendwie updaten können würden, dann laufen wir entlang, kriegen ein Item in die Hand geschossen und fallen direkt in die Lava und sterben. Wie die erste Falle funktioniert, ist relativ einfach zu erklären. Wir gehen hier als Spieler entlang, ihr seht das Item vorne auf der Platte und sobald ich jetzt hier an die Ecke komme, sammle ich dieses auf, das Signal wird weitergeleitet, die Pisten fahren zurück und ich als Spieler stürze in den Tod. Das ist wie gesagt eine sehr sehr simple Falle, optisch sollte sie überhaupt nicht auffallen, da man keine Blöcke sieht, die man updaten kann und wenn ihr den ganzen Bereich dann groß genug gebaut habt, sollte auch keine Möglichkeit bestehen, wie der andere Spieler abhauen kann. Wenn ihr wissen wollt, wie man diese Falle baut und vor allem welche Materialien man dafür baut, findet ihr das alles hier vorne in der Kiste in der Download-Welt. Weiter geht's mit der nächsten Falle, diese nennt sich der falsche Baum und wir sind als Spieler auf der Suche nach Holz. Wir sehen hier einen netten Baum, bauen hier vorne jetzt den Block ab, sehen dass der Baum nach oben geschoben wird, wir hören die Explosion und dann gehen wir direkt schon in die Luft. Weiter geht's mit der zweiten Falle, die genauso einfach funktioniert wie die erste Falle. Ihr seht, wir haben hier vorne eine Glock am Laufen, die versucht einen Pisten zu betätigen, dieser versucht dann die Blöcke nach oben zu schieben, dies geht nicht, da oben im Baum ein nicht bewegbarer Block versteckt ist, aber sobald wir als Spieler diesen einen Holzblock entfernen, schiebt der Pisten den Holzblock nach oben, die Redstone Torch wird vom Baum abfallen und somit dann eine Reaktion in Gang setzen, die dafür sorgt, dass unser TNT Minecart explodiert. Wir testen das mal, ihr seht, der Baum wird nach oben geschoben, das TNT wird gezündet und hier vorne explodiert dann alles und wir als Spieler sterben. Die dritte Falle nennt sich der falsche Schnee. Wir sind als Spieler in einer verschneiten Landschaft unterwegs, überall liegen hier und da die kleinen Schneehaufen und wenn wir jetzt gleich hier über die Mitte laufen, sehen wir, dass sich der Boden updatet, wir nach unten fallen, in Lava landen oder einfach in einem tiefen Loch landen und sterben. Die dritte Falle funktioniert auf einem etwas anderen Prinzip als die anderen beiden, hierzu bräuchte man schon etwas besseres Equipment und zwar funktioniert die Falle mit einem einfachen Block-Update-Mechanismus und zwar wenn man zwei hohe Pflanzen unter Gravel setzt und dann die Erde hier zum Beispiel drunter entfernt, bleibt der Block so lange in der Luft schweben, bis der Block geupdatet wurde und dieses Block-Update lösen wir aus, indem wir hier vorne einmal das Redstone aktivieren, das heißt, wenn wir jetzt hier als Spieler entlang gehen, updaten wir den Boden und wir sollten hier nach unten fallen. Die nächste Falle nennt sich Feuer. Wir sind hier vorne im Nether unterwegs, werden angezündet auf der Suche nach ein paar Lohnstäben und sobald wir dann gleich hier einmal brennen, versuchen wir uns zu löschen, laufen hier in das nahende Wasserbecken und explodieren direkt. Die vierte Falle funktioniert auch auf einem ganz einfachen Mechanismus und zwar sind wir als Spieler hier vorne im Nether unterwegs. Der Wasserkrug gibt jeweils je nach Wasserstand eine Signalstärke ab. Diese wird mit einem Comparator rausgenommen, das Signal wird weitergeleitet und sobald wir uns löschen, verschwindet ein wenig Wasser, die Redstone Torch hier vorne wird aktiviert und zündet das TNT. Wie das Ganze aussieht, ist auch relativ einfach zu sehen. Wir zünden uns als Spieler natürlich zuallererst einmal hier vorne an. Wir brennen und sobald wir dann jetzt hier ins Wasser gehen, sehen wir, dass sich das Signal updatet und wir direkt explodieren. Die fünfte und letzte Falle nennt sich der falsche Redstone Block und ist meiner Meinung nach die aufwendigste, aber auch die 100% tödlichste Falle, die wir dieses Mal unter unseren fünf PvP-Fallen haben. Wir gehen als Spieler hier entlang, denken natürlich nichts Böses. Ein Redstone Block kann immer wieder was Böses sein, aber selbst wenn wir diesen abbauen, würden wir hier entlang gehen und wir versinken sofort hier in Gravel und selbst wenn wir dieses irgendwie schaffen abzubauen, fließt direkt Lava nach, die uns tötet und somit kommen wir hier überhaupt nicht raus und sterben auf jeden Fall. Die fünfte und letzte Falle ist definitiv die tödlichste und ich erkläre euch nun warum. Wir haben hier vorne den Redstone Block, sobald der Spieler da drüber läuft, wird dieser geupdatet und nun geht die Todesfalle los. Zuallererst wird in den Spieler verschiedene Blöcke reingeschoben, nachdem diese dann vom Spieler abgebaut werden, wird Gravel nachgeschüttet und sobald wir dann alle Gravelblöcke abgebaut haben, fließt letztendlich Lava in uns rein. Wie das Ganze aussieht, sehen wir jetzt hier vorne, ich mache mich als Spieler auf den Weg, ahne hier nichts Böses, update dann hier vorne den Block. Ihr seht, die Gravelblöcke fallen in mich rein, ich kann versuchen diese abzubauen, sobald das dann aber letztendlich passiert ist, lande ich hier vorne in der Lava und sterbe. Das waren jetzt meine 500% tödlichen Fallen für euer PvP-Projekt. Zusätzlich dazu gibt es dieses Mal kein Tutorial, sondern einen World Download, wo ihr hier alle Farmen sehen und testen könnt. Wenn ihr euch fragt, wie man diese baut, geht einfach hier auf die Welt, guckt euch an, wie das gemacht wird. In der Regel ist das alles wirklich super, super einfach gemacht und ihr könnt dann direkt, nachdem ihr euch das einmal angeschaut habt, euch die Fallen nachbauen, euch die Fallen einprägen und dann im nächsten PvP-Projekt einsetzen. Zusätzlich dazu findet ihr in jeder Kiste vor jeder Falle noch einmal die Materialien, welche ihr benötigt, um eine dieser wirklich super coolen Fallen nachzubauen und ansonsten soll es das für dieses Video gewesen sein. Ein ganz 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 großen Dank geht einmal noch an einen Zuschauer von mir und zwar dem Pitti. Dieser hat mir diese Welt zur Verfügung gestellt, mir die Fallen rausgesucht und deswegen nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dich. Ich würde jetzt aber gerne von euch wissen, welche der fünf Fallen eure Lieblingsfalle ist und warum diese Fallen jetzt gerade bei euch eure Lieblingsfallen sind und warum ihr diese in Zukunft bauen werdet. Ansonsten möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass diese Fallen definitiv nicht für den Anfang eines PvP-Wettkampfs gedacht ist, sondern eher für Wettbewehre wie Varro oder UHC, wo die Spieler letztendlich dann doch relativ schnell gutes Endgame-Equipment kriegen und somit dann auch relativ einfach eine Folge beziehungsweise eine Falle in einer Folge bauen können. Das war es wie gesagt von mir, viel Spaß mit den Fallen, bringt möglichst viele Spieler um und viel Erfolg bei euren PvP-Events.